Schwesterlein, komm, stirb mit mir. Von Karin Sander. Gelesen von Oliver Siebeck. 20. März 1996 Ein Toter bei Feuer in Jugendhaftanstalt. Mädchen Würger legte Feuer, bevor er selbst Mord beging. Siegburg. Gestern mussten wegen eines Brandes sämtliche Insassen der Justizvollzugsanstalt Siegburg evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei gab es ein Todesopfer. Drei weitere Personen wurden im Krankenhaus behandelt. Das Feuer, das gegen 17 Uhr im Zellentrakt ausbrach, verbreitete sich ungewöhnlich schnell im gesamten Gebäude und konnte erst nach Stunden gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um Brandstiftung. Einer der Insassen legte offenbar in seiner Zelle Feuer, bevor er selbst Mord beging. Nach unbestätigten Angaben handelte es sich bei dem Brandstifter um den sogenannten Mädchen Würger von Duisburg, dessen Fall im November letzten Jahres für Aufsehen sorgte. Der 17-jährige Hendrik Vermeeren wurde wegen dreifachen Mordes verurteilt. Es galt als erwiesen, dass er drei Mädchen im Alter zwischen zwölf und vierzehn vergewaltigte und anschließend erwürgte. Vermeeren zeigte während der Gerichtsverhandlung keinerlei Reue, dennoch wurde er aufgrund seines Alters lediglich zu einer Jugendstrafe verurteilt. Möglicherweise empfand Vermeeren inzwischen doch Schuldgefühle, denn der junge Mann soll einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben haben, bevor er sich das Leben nahm. Der Sachschaden, der durch das Feuer entstand, wird auf über zwei Millionen Mark geschätzt. Voraussichtlich wird es Monate dauern, bis die JVA Siegburg wieder bezogen werden kann. Die evakuierten jugendlichen Straftäter wurden derweil auf verschiedene andere Anstalten verteilt, wo sie vorerst bleiben sollen. Denn, wie genau es beim Meeren gelingen konnte, das Feuer zu legen, muss noch untersucht werden. Sechzehn Jahre später. Dienstag, 8. Oktober, 11 Uhr. Die Wohngegend galt als exklusiv. Die Häuser waren schick, die Limousinen, die in den Einfahrten parkten, schwarz und teuer. Doch der Tod war hier genauso hässlich wie überall. Vielleicht sogar ein bisschen hässlicher. Georg Stadler parkte den Dienstwagen in zweiter Reihe und ging auf den Eingang von Nummer 14 zu. Schon im Treppenhaus schlug ihm der bestialische Gestank entgegen. Es war nicht der typische süßlich-metallische Geruch nach Blut, sondern etwas anderes, etwas absolut Widerwärtiges. Die Ausdünstungen der Hölle. Stadler wappnete sich innerlich für den Anblick, der ihn erwartete, bevor er über die Schwelle in die Wohnung trat. Linda Franke von der Kriminaltechnik bemerkte ihn als Erste. »Ich hoffe, dein Magen ist stabil«, sagte sie statt einer Begrüßung. Sie war blasser als sonst. Ihre Wangen hatten fast die gleiche Farbe wie ihr weißblunder Pferdeschwanz. »Das da drinnen ist echt übel«, »wenn du das sagst«, Stadler fischte einen der Schutzanzüge aus einem Karton und stieg hinein. »Kannst du mir glauben«, bestätigte Linda. »Olli hat gekotzt, und eins von den Streifenhahnchen musste sogar vom Notarzt behandelt werden.« »So schlimm«, Linda versuchte zu lächeln, was gründlich misslang. Gewöhnlich flirtete sie schamlos mit ihm, und er hatte schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt, ihr Angebot anzunehmen. Aber er hatte seine eiserne Regel, nichts mit Kolleginnen anzufangen, einmal gebrochen, und das Ergebnis war katastrophal gewesen. Auf einen zweiten Versuch verzichtete er lieber, auch wenn die süße Linda ihm noch so schöne Augen machte, außerdem war sie weitaus jünger als die Frauen, die er sonst abschleppte. Er seufzte. »Was haben wir?« Linda, die sein Seufzen offenbar fehldeutete, sah ihn mitfühlend an. »Weibliche Leiche, vermutlich die Wohnungseigentümerin. Sie liegt im Wohnzimmer, ziemlich übel zugerichtet.« Sie zuckte mit den Schultern. »Man könnte meinen, Jack the Ripper sei von den Toten auferstanden.« Stadler hob die Augenbrauen. »Jack the Ripper?« »Schaust dir selbst an.« Er schob sich an ihr vorbei durch die Wohnzimmertür. Der Gestank war hier so intensiv, dass es ihm fast den Atem raubte. Er zwang sich, nicht darauf zu achten und den Tatort in sich aufzunehmen. Zuerst sah er nur die gegenüberliegende Wand. Sie war weiß gestrichen. Ein weiß lackiertes Klavier stand davor. Beides war mit braunroten Flecken übersät, die sich wie Fontänen über den hellen Untergrund ergossen. Auch die Decke war braunrot gesprengelt. Ebenso das Bücherregal an der angrenzenden Wand. Einer der Kollegen, der auf dem Boden kniete, erhob sich und gab den Blick auf die Leiche frei. Stadler rang nach Luft. »Ach, du Scheiße!« murmelte er. Behutsam trat er näher. Die Frau lag auf dem Rücken, die Beine gespreizt. Sie trug einen offenen Morgenmantel und einen einzelnen Hausschuh. Der Täter hatte ihr die Halsschlagader durchtrennt. Das erklärte das viele Blut an den Wänden. Doch sein Opfer einfach nur verbluten zu lassen, hatte ihm offensichtlich nicht genügt. Unzählige Male hatte er auf die Frau eingestochen. Stichwunden bedeckten den Brustbereich und die Schultern. Ob er auf den Unterleib ebenfalls eingestochen hatte, war nicht zu erkennen. Denn hier klaffte eine riesige, offene Wunde. Der Mörder hatte den Bauch seines Opfers mit einem einzigen langen Schnitt aufgeschlitzt. Die Organe lagen bloß. Eine Darmschlinge wandte sich aus dem Bauchraum und bedeckte die Scham der Frau. Linda trat neben Stadler. »Was für ein Scheißkerl tut so etwas?« fragte sie leise. Stadler antwortete nicht. Er kniff die Augen zusammen. Der Anblick des Opfers hatte eine Erinnerung in ihn geweckt. Nicht die an Bilder von Jack the Rippers Opfern, die er irgendwann mal bei einer Fortbildung zu Gesicht bekommen hatte. Nein, die Bilder, die er meinte, waren neueren Datums. Und sie sahen denen hier verdammt ähnlich. Doch er konnte sich nicht erinnern, in welchem Zusammenhang das gewesen war. »Was wissen wir?« fragte er Linda. »Ihr Name ist Leonore Thalmeier. Sie war Rechtsanwältin. Verheiratet, keine Kinder. Ihr Mann ist im Ausland. Wir haben ihn noch nicht erreicht.« Stadler wandte sich ab. Er hatte genug gesehen. Im Flur fragte er weiter, während er aus dem Anzug schlüpfte. »Habt ihr mit den Nachbarn gesprochen? Hat jemand was bemerkt?« Linda zog die Handschuhe aus. »Bisher hat die Befragung nichts ergeben. Die Hausbewohner sind schockiert. Alle mochten Frau Thalmeier. Viele meinen, es muss etwas mit ihrem Beruf zu tun haben, weil sie Kriminelle verteidigt hat.« »Aha«, Stadler lehnte sich gegen die Wand. Der Gestank machte ihm mehr zu schaffen, als er gedacht hätte. Vielleicht wurde er alt, dünnhäutig. »Ich fahr dann mal ins Präsidium. Ruf mich an, wenn's was Neues gibt.« »Mach ich.« Sie lächelte ihn an. Bestimmt würde sie etwas finden, schon allein, damit sie einen Vorwand hatte, mit ihm zu reden. Stadler nickte ihr zu und verließ die Wohnung. Auf dem Weg zu seinem Wagen machte es plötzlich Klick in seinem Kopf. Jetzt wusste er, weshalb ihm der Anblick der verstümmelten Leiche so bekannt vorgekommen war. Donnerstag, 17. Oktober, 15.50 Uhr. Vergessen Sie CSI. Vergessen Sie das Schweigen der Lämmer. Vergessen Sie, was Sie im Fernsehen gesehen oder in einem der zahllosen Bücher zu diesem Thema gelesen haben. Vergessen Sie alles, was Sie glauben, über Serienkiller zu wissen. Denn in Wahrheit wissen Sie nichts. Absolut nichts. Liz Montario lehnte sich gegen das Pult und ließ ihren Blick langsam durch den Seminarraum gleiten. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Niemand sprach. Niemand rührte sich auch nur. Gut, schloss sie ihren Vortrag. Das war's für heute. Bis nächste Woche lesen Sie bitte die beiden ersten Texte im Reader und überlegen sich, zu welchem Thema Sie ein Referat halten möchten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als Liz um das Pult herumging, erwachte der Raum wieder zum Leben. Fingerknöchel-Trommelten Beifall auf die Tische, Stimmengemurmel setzte ein, Stühle wurden quietschend nach hinten geschoben, ein Handy piepste. Liz stopfte ihre Unterlagen in die Tasche, wandte sich ab und schritt hinaus auf den Korridor. Schnell weg, bevor eine der zahlreichen übereifrigen Studenten sie in ein Fachgespräch verwickelte. Irgendeiner versuchte es immer, egal wie unnahbar sie sich gab. Und nicht selten steigerte er sich dabei mit einer Leidenschaft in das Thema, die weit über reines Fachinteresse hinausging. Liz packte die Tasche fester und lief auf den Fahrstuhl zu. Wenn man auf Soziopathen spezialisiert war, zog man allerhand merkwürdige Gestalten an. Auch solche, auf die die Täterprofile, die sie mit den Studenten durcharbeitete, erschreckend genau zutrafen. Im zweiten Stock stieg Liz aus. Hier lagen die Büros der Mitarbeiter der psychologischen Fakultät. Der Gang war dunkel, eine der Türen nur angelehnt, dahinter war leises Gemurmel zu hören, ansonsten herrschte Stille. Es war Donnerstagnachmittag. Die meisten Kollegen waren bereits auf dem Heimweg. Liz teilte sich einen Raum mit zwei weiteren Lehrbeauftragten und einer studentischen Hilfskraft. Sie hatte nicht einmal einen eigenen Schreibtisch, doch das störte sie nicht, da sie lediglich einen Tag in der Woche an der Universität verbrachte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.